ANTITELO NOT. UNIEN 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 Wie bei UNI-OCAIT High Dress. So würden wir euch gerne in Halle zu unterstützen. Das geht aber leider nicht! Trotzdem drücken wir nach Turmherr. Dann kommen die Playoffs. Yayyyy! H encourage! High Dress! Kampus siegen! Häng an! Hallo Jungs, jetzt gibt es die Entscheidung um die letzten Playoffplätze. Und das Schöne und das Gute daran ist, wir sind immer noch dabei. Diese Saison für alle eine spezielle Saison. Und wenn alle spezielle Matchen sind etwas für die Tigers. Nehmt die Herausforderung an, kämpft mit viel Leidenschaft, mit Herzblut und den letzten Platz, wo ihr noch erst achtet. Der Supporter-Club wünscht euch viel Erfolg dazu. Macht's gut und wir proben euch. Heya Tigers! Ich wünsche euch ganz ganz best, dass ihr die nächsten Matchen gewinnen. Ich drücke euch die Daumen. Salut zusammen! Ich wünsche euch viel Glück für die letzten zwei Spiele. Ich weiss, ihr packt das. Ich glaube euch. Heya Tigers! Viel Glück! Michael Jordan hat mal gesagt, just play, have fun, enjoy the game. Das ist genau das, was zählt. Das ist genau das, was die Gritzen müssen. Freude haben, wenn sie von Bitz rausgehen. An ihre Fähigkeiten glauben. Den Match geniessen. Der Mist ist noch nicht gekarrt. In vielen Feldern ist er schon. Bei den Tigern noch nicht. Ich weiss, wenn ihr so kämpft, wie ihr auch gegen Guster gekämpft habt. Dann kommt es auf alle Fälle gut. Und darum, hopp Tigern, gewinnt die zwei Matchen. Und wir sehen uns in den Playoffs wieder, weil feig seid ihr alle mal dazu. Teamgeist ist intakt. Jetzt müsst ihr nur noch die Räume machen. Allez Tigers, come on! Die größten Vorbilder von uns seid ihr. Eure Erfolge machen, mein kleiner Tigern stolz. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Darum viel Erfolg bei den nächsten Matchen. Kämpfen und siegen. Let's go! Hallo zusammen. Für die nächsten zwei Spiele wünsche ich euch alles Gute. Ihr habt bis jetzt sehr, sehr viel richtig gemacht. Wir glauben euch. Macht's gut. Tschüss alle. Sowie Tigern. Ich weiss, dass es manchmal nicht so läuft. Da kann man machen, was man will. Und es kommt nichts gut. So wie es euch in den letzten Spielen schon gegangen. Es muss euch aber scheissegal sein. Es sind noch zwei wichtige Spiele von euch. Vor allem, der hat jetzt in den eigenen Hang in die Playoffs gekommen. Jetzt denkt ihr natürlich, ja ja, das habe ich von Heel da schon gehört. Das ist ja so, da gebe ich euch recht. Aber für mich ist wichtig, dass ihr im Kopf hattet. Und dass ihr vor allem jetzt nochmal die Videos anschaut. Oder vor dem letzten Cup-Final hattet ihr bekommen. Und dann mit der genau gleichen Einstellung, mit dem genau gleichen Tiger-Spirit in die Zwischspiele geht. Und die Zwischspiele nehmt, wie es die Cup-Finals sind. Dann arbeitet ihr die Playoffs. Egal wer der Gegner ist. Ich wünsche euch allen guten Gielen. Für den Samstag den Thun. Viel Glück. Und wir hoffen auf einen Sieg. Wir wünschen euch viel Glück für ein Match gegen Thun. Wir hoffen auf einen erfolgreichen Match mit vielen Gielen. Und einen verdienten Sieg. Hopp Tigers! Hallo Tigers! Am Wochenende habt ihr wieder ein Match gegen Thun. Ihr werdet es rocken. Denkt immer positiv. Wir schauen euch von zu Hause aus zu. Und drücken euch ganz fest die Däume drücken. Hey Tigers! Ihr werdet es schaffen! Hey Gielen! Wissen Sie noch vor zwei Jahren? Leidenschaft ist ein Zauberwort. Ich wünsche euch für die nächsten Spiele viel Glück. Wir glauben euch. Und ihr gewinnt die Match für die Playoffs. Alle Tigers! Ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg und viele Emotionen. Und wenn es viele Emotionen ist im Spiel, dann kommt das gut Schritt für Schritt. Und dann werdet ihr das auch schaffen. Ich glaube an euch. Hallo NLA Team plus der Ganztaff. Ich wünsche euch für den Samstag das Spiel gegen Thun gut zu gelingen. Und dass das Glück mal auf eurer Seite ist. Ich drücke euch auf alle Fälle die Däume, dass es gut kommt. Macht's gut! Toi Toi Toi! Hallo ihr NLA Team. Ich möchte euch gerne ein paar Worte auf den Weg geben. Am Samstag steht das Derby an. Gegen Thun. Wir wollen es alle in dem Moment an. Die Konstellation ist. Wir wollen es alle, was es braucht. Wir haben alle ein Ziel vor Augen. Und der Vorstand, der Verein, alle Supporter vom Verein, stehen hinter euch. Sie stehen voll hinter euch. Und wir wissen, was ihr kommt. Jetzt zeigen sie am Samstag. Zeigen, dass der Tiger auf der Brust steht. Und dann kommt das gut. Da bin ich total überzeugt. Und ich freue mich schon jetzt, für diesen Match zu schauen. Und dann gibt es einen positiven Abschluss. Und der nächste Schritt Richtung Play-Obs. Heia Tigere! Ich wünsche euch viel Glück für die zwei letzten Spiele. Wir haben das genug Schnur gelassen. Darum nehmen die Finger raus. Es wird Zeit, dass der Tiger wieder mal Play-Obs spielt. Toi Toi! Heia Boys! Auch ich wünsche euch viel Glück für den Mordrig-Match in Thun. Ich stehe hier neben der Figur von Pirmin Zurwürgen. Er weiss ja, oder er hat es immer bewiesen, auf den Punkt bereit zu sein, auf den Punkt bereit zu sein, um wichtige Rennen zu gewinnen. Man denkt nur an Bormio, die Weltmeisterschaft mit seinem kaputten Knie. Er ist zurückgekommen. Und diese Motivation und den Ehrgeiz, den wünsche ich euch auch gegen Thun morgen. Ihr packt's, wir schaffen's, wir werden in die Play-Offs reinkommen. Heia, Tigers! Euer ucheln! Wer soll die duas feldun? Es wird ein ganzes Gesetzgebnis für die Kriegs-Match. Und wir können die Schreis-Match auswählen. Ich mache dir das. Und wir haben eine drei Optionen, Aufwärmchen, Aufwärmchen, aufwärmchen und dicho. Tigers, GO! GEREN GEREN Untertitelung des ZDF, 2020